Heyho, hier ist Ronja und wir spielen heute Bad Wars mit Topps und Flo. Ich habe noch nie Bad Wars gespielt, deswegen das ist unser Bad, richtig? Das verteidigen wir. Wir sind Team Geld. Ich krieg trotzdem. Ich bin auch Geld. Ich krieg auch was. Hallo. Ich klaue euch das jetzt. Oh, warte, hier ist was. Wir können ja... Okay, pass auf, was können wir uns denn schönes machen? Kaufen? Was denn? Blöcke erstmal holen. Also, okay, ihr müsst mir kurz einmal erklären, was die Mission hier ist. Team Verbesserung. Hier kommen ein Items, glaube ich, raus und dann kaufst du dir Sachen. Und wenn der Bad kaputt geht, dann ist es RIP. So, mein Freund. Pass auf, da will sich einer rüber... Der kommt gleich rüber, der kommt gleich rüber, ne? Ihr müsst aufpassen. Ja, pass auf. Der ist RIP, der ist RIP, der ist RIP! Der ist RIP, der ist RIP, der ist RIP! Der ist RIP, der ist RIP, der ist RIP! Der ist RIP, der ist RIP! Der ist RIP, der ist RIP! Wo ist er? Nice! Erraten uns alle! Nein! Oh nein, Bad zerstört! Nein! 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 Dein Bett ist der Schiff von Foxy! Wiederbelebt! Du hast nicht genug Geld! Finaler Kill, du wurdest eliminiert! Okay, beschützt du dein Bett. Diesmal wirklich, ja? Ja. Okay, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wir machen den Rush, okay? Wir machen... Der Rush wird nicht gut für uns ausgehen. Doch! Doch, der Rush wird gut. Der Rush wird nicht gut für uns ausgehen. Wir müssen nur euer... Okay, der Rush wird nicht gut für uns ausgehen. Ich brauche das mehr. Okay. Hier. Okay. Ich mache den Rush, okay? Okay. Ich gehe rüber und hole uns Dias. Okay, mach das. Von uns selbst ist mir auch schon viel gebracht. Wenn ich nicht zurückkomme, dann sag meine Familie, dass ich sie liebe. Okay. Topsis, du brauchst so schräg. Du brauchst doppelt so viele Blöcke, weißt du das? Nee. Eigentlich nicht. Okay, pass auf. Ich baue mir jetzt... Hä, wieso ist das dasselbe im Endeffekt? Ein... Eisenschwert. Ja, ist doch so, oder? Bam. Ich bin unser PvP-Mensch. Alles klar? Ja, ja. Bau mal das Bett zu. Kauf mal irgendwelche harten Steine. Ich brauche drei Smaragd übrigens. Was sind denn harte Steine? Obsidian. Das braucht auch vier. Die wollen alle zu viel. Gebrannter Ton? Äh, ja. Ops, hier nehm du. Nimm du. Die Dias. Oder Endstein. Solider Block um dein Bett zu verteidigen. Gebrannter Ton. Was denn? Das heißt so. Ja, wir kennen das nicht. Okay, wir verteilen... Man baut tatsächlich einfach das Bett ein, ha? Hab ich gar nicht mehr gewusst. Ja. So, jetzt gehe ich hier rüber und hole uns. Hier ist Fritznudel! Fritznudel, okay. Baust Hilfe, Flo. Okay. Er hat mich gegrittelt, aber er hat 1 AP. Okay. Okay. Fritznudel, wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich dabei? Ich werde das Fritznudel töten. Okay, ich brauche viel Eisen noch. Wie viel brauchst du? Warte, ich muss selber... Ist okay, ich mach dir erstmal deins. Ich bin ja an was dran. Alles gut. Warte mal... Kann man hier... Verstärkerung... Okay, ein Eisen noch, ein Eisen noch. So, jetzt. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen weiter Endstein kaufen. Ich kann uns, wenn du jetzt noch ein paar... Sind noch ein paar Dias da, Flo? Hast du ein paar Dias mitgenommen, oder? Keine Ahnung, ich muss das Fritznudel töten. Alles klar. Töte Fritznudel. Aber du hast die Dias mitgenommen. Verteidige unser Bett. Alles klar. Ich habe jetzt hier eine schöne Endstein-Basis drum gebaut. Schon mal. Das ist gut. Ich glaube, es läuft wirklich besser als letztes Mal. Guck mal, ihr habt einen schönen Weg zu den Dias erschlossen. Sehe ich? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg rüber zu den blauen. Ich bin sogar bei den Esmeraldos hier in der Mitte. Oh. Okay, dann rück mal ein paar Esmeraldos rüber. Wir brauchen die. Bringen die vier? Ja, ich glaube, die brauchst du wirklich dafür... Die brauchst du für Obsidian. Okay, ich habe vier Stück. Okay, dann kannst du dir vier Obsidian holen. Wenn du jetzt so acht Stück hättest, dann wäre das perfekt. Okay, warte mal. Was gibt es denn hier? Werkzeug. Ich bin weiterhin am Farmen. Traumverteidiger. Was? Ich habe die Mitte eingenommen. Schwamm. Aber hier ist doch gar kein Wasser. Magische Milch. Oh, hier ist Wasser. Okay, ich kaufe jetzt noch Wasser. Um im Notfall Gegner zu slowen. Oh, nice. Oder wenn du runterfällst. Elaborate. Oder wenn du runterfällst. Oh, guck mal. Was haben die denn da gebaut? Das ist ja... Das ist ja cool. Da, kacke. Die werden gleich vielleicht ein bisschen aggressiver spielen. Oh mein Gott. Die können nicht aggressiver spielen. Wir haben den aggressiven Tobias. Wir haben gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Wir haben einen Hulk. Ja. So, ich baue jetzt... Oh nein! Ich habe... Oh, okay. Ich dachte gerade, ich habe mein Wasser schon platziert. Ich gucke jetzt. Ist ich noch... Du musst gerade bluffen. Flo, kannst du mir vielleicht helfen? Wo denn? Über den Dias, rüber zu den Blauen. Okay, ich baue jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter oben. Nein, wieder. Ich habe keine Blöcke. Okay, ich sammle gerade Emerald. Aber wie kacke ist denn das mit diesem Drecks Explosionsdinger da? Das man sich da oben verschanzen kann. Ich komme hier nie an unser Bett ran. Ich sag's dir. Ich baue das jetzt hier. Fritz Nudel ist zurück. Ich habe jetzt noch sieben Dias. Pass auf, Ronja. Die werden gleich vielleicht kommen und uns stürmen. Aber... Ja, aber was wollen sie denn machen? Guck mal, wie ich hier in so einen Block einbaue. Äh... Was ist das? Team at Family Games. Sharpness One und Oswards. Äh... Fritz Nudel, ich teile uns die Mitte. Seid ihr Freunde. Auch versteckt hast du... Ja, er nimmt die eine Hälfte. Ich baue jetzt einfach... Die sind drüben. Die sind drüben. Die kommen rüber. Die kommen rüber. Ja, die können nichts tun. Zu euch? Ja, die kommen rüber. Fritz Nudel ist runtergesprungen. Der ist so ein Noob. Fritz... Haha, Fritz Nudel. So ein Loser. Wo ist denn der Blaue? Der Blau war doch eben hier noch. Ich bin rei. Ich bin rei. Okay, das ist gut. Nee, da hat sich nur die Dings... Nee, da ist... Hey, wir gewinnen das. Ich sag's euch. Oh, den. Ich will das Bett nicht unverteidigt lassen. Blaues Bett war zerstört! Wir gewinnen! Die ist ein Noob! Die Noobs! Okay, pass mal drauf, pass mal auf. Okay, ich muss safe zurückkommen. Okay, komm her. Ich hab keine Blöcke. Ihr müsst mir helfen. Okay, was brauchst du? Äh, irgendwas. Ich komm nicht zurück. Warte, warte, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ja, 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 shhhh! Ich komm, ich komm, Flo. Ich kann nichts abbauen, der kommt. Ich hab acht Emeralds. Jaaa! Das dauert fünf Minuten zu fahren. Komm her, du kommst doch rüber. Flo, komm still. Der Typ hier, ich komm nicht. Der pusht mich sonst runter. Wo, wo, wo bist du? Äh, da. Top hier zurück, schnell. Bauen den Weg. Okay, pass auf. Der Baumann, also. Ja, mach irgendwie, dass wir rüberkommen. Geh, 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 geh. Geh, geh, passt schon. Nicht, nicht Ronja, das ist. Ich sehe nichts. Okay, komm, komm, komm. Nice. Geh, geh, geh. Acht, acht Emeralds. Perfekt. Jetzt sind wir reich. Okay, sehr gut. Ich baue weiter an meinem, hier, gewiss schon. Anderem Schrein. Die kommen rüber, die kommen. Ja, was sollen die denn machen, Tops? Was sollen die denn machen? Sollen sie kommen? Was kaufen wir für Emeralds? Alter, wir können uns unsichtbar jetzt lang kaufen. Das Kettnis! Oho. Guck mal. Soll ich dauerhafte Diamantrüstung, soll ich kaufen? Ja. Aber dann haben wir fast gar nichts mehr. Oder soll ich lieber kaufen? Ist egal. Ist egal. Nein, 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 kauf, kauf Diamantrüstung. Du hast Diamantrüstung. Du hast Diamantrüstung. Okay, ich brauch ein Emerald noch. Wieso hast du jetzt Diamantenschwert geholt? Nice. So, so wissen du. Ich bin in der Mitte. Ich werde jetzt probieren, ein bisschen da zu dominieren. Auch hier. Wenn ich sterbe, äh, safe was mal. Okay. Die kommen weiter über, gerade ehrlich. Ich glaube, ich gehe doch jetzt lieber zurück, weil die wollen Rache. Okay. Tu mir schnell. Die Emeralds, bitte sagt das... Ein Emerald hast du? Okay. Die Diamantgeneratoren wurden... Nein. Die Diamantgeneratoren wurden... Wofür brauchen wir die denn? Ich kann probieren einzukriegen. Einen hab ich. Einen hab ich. Komm, ich brauch nicht mehr. Einen Ambitierrüstung. Äh, okay. Okay. Okay, du gehst auch wieder. Okay, warte. Komm her. Oh nein, ich fang holen das. Hier ist ein der Diamanten. Die werden vielleicht gleich rüberpullt. Und Emerald. Hier ist Emerald. Hier ist Emerald. Ich hab jetzt 13 Dias. Oh, 13? Gib mir ein Emerald, ich geb dir die Dias. Okay, pass auf. Ich geh jetzt auch mal farm. Aber pass auf. Du kannst mich... Wir sind richtig aggressiv. Ist ultra viel da. Okay, warte, hier ist'n die hier. Oh, das ist nur einer. Oh! Ja, wir haben jetzt dauerhafte Dias. Den Blauen eliminiert. Ich hab jetzt so, dass unser Schwert... Ich hab Finger for two pain final gekillt. Blaues Team ist jetzt komplett dead. Okay. So, dann haben wir die Blauen schon mal eingenommen. Cross-teaming ist nicht erlaubt. Steht da bei mir im Chat. Ja. Melde die im Forum. Tops. Was? Ja. Ich hab schon Eisenschwert. Ich hab schon Eisenschwert. Aber das ist schärfer. Ja, ich hab auch schärfer. Das Ding ist... Ich hab das eingestellt. Das ist ein Team-Effekt. Oh, wir brauchen den Bogen. Okay. Hä, wie Team-Effekt? Die haben dir Schwert. Nein, es gibt Team-Verbesserungen machen. Ach, das meinst du? Ja, es gibt ein, äh... Ja, wie soll ich sagen? So, 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 so... Ey, ich brauch... Ich brauch Gold. Okay, warte, hier... Ist irgendjemand? Ich hab acht Gold, Flo. Die liegen bei den Dias. Ich tu mal die Dias. Geh... Geh zur Diaposition und guck da. Warte mal. Krieg's auch noch ein Stack... Stack Eisen. Ich sag, wir holen das Ding! Ich sag auch, ich geh jetzt hier Richtung... Richtung der Grünen. So, wie ich die so ein bisschen zu belästigen. Oh, nice, Torp. Stopp. Das kriegst du einem. Da... Vertrauen in dich. Ich nerv jetzt die anderen einfach. Guck mal in die Kiste, Flo. Also in die Küste beim, äh... Bei uns sind so ein paar Sachen. Zack, Zack, Zack. Ist voll schwierig so zu bauen. Übrigens. Wusstet ihr das? Was soll ich mir denn kaufen? Rotating Item. Limited Time Sugar Cookie. Was bringt dir denn der Limited Time Sugar Cookie? Ja, klar. Ich glaub mir jetzt ein Bogen. Ah, der Bogen ist richtig... Richtig teuer. Was kostet ihr denn? Ich hab mir jetzt eine Axt... Äh... Richtig viel Gold. Okay. Epic, dein Gamer wurde ins nichts geworfen. Was? Von FritzNoodle. Der lebt noch. FritzNoodle, my man. Der lebt noch. Der lebt noch. Hättet ihr das gehört? Ey, was kann man sich denn für Dears kaufen? Ich finde nicht immer, wo man die ausgeben kann. Wie baut man sich denn runter? Das geht doch gar nicht, wenn man oben ist. Man kann sich doch gar nicht von oben nach unten bauen. Ey, Sobs, findest du irgendwas, wo man dir das ausgeben kann? Äh, ja... Äh, doch. Im Shop, oder? Bei den... Ja, eben. Wo ist denn Verbesserung? Ach, Franz. Ich find's gar nichts. Die gibt's bei dem anderen Händler. Ach, es gibt einen Zweifel. FritzNoodle kommt, FritzNoodle kommt, und... FritzNoodle, geh runter. FritzNoodle, geh runter. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn noch, ich hab ihn noch. Okay, sehr gut. Oh, hier kann man Dias ausgeben. Ich seh's jetzt. Äh... Oh, okay. Ich hab mich jetzt hier runter gebaut, ja? Voller Mühe. Es war keine einfache Aufgabe, aber ich bin jetzt da. Bye! Oh, ich sammle einfach die Ressourcen von denen. Ja, wenn du die tötest, dann hast du dann... Das ist richtig nice gemacht, weil sonst ist der ja auch ein bisschen kack, weißt du? Mhm. So... Ich versteh, du spiel's. Tops, ich brauch mehr Dias. Ich versteh's auch. Dias sind hier in der Mitte, da sind viele. Ich geh wieder fortpushen, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Ja, push mal. Hol mal Emeralds. FritzNoodle ist aus der Welt gefallen. Nee, 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 ich bin auch aus der Welt gefallen. Nee! Nein, Tops! Nicht doch! Ich bin doch... Tops nicht doch! Jetzt sollten wir kaufen, dass wir mehr Ressourcen kriegen oder dass sie stärker sind. Stärker, oder? Stärker. Stärker, ja. Obwohl, ich mein, mehr Ressourcen... Ich mein, wie viele leben denn noch? Eigentlich alle, bis auf. Vielleicht macht mehr Ressourcen einfach mehr. Du kannst auch Ressourcen, äh, Produktion erhöhen, ne? Ja, eben. Ich glaub, das ist besser. Ja, eben, aber das bringt sich halt gar nicht. Nicht? Ich weiß nicht, wie sehr sich das erhöht. Dauerhafte Schere. Okay, hier, der Grüne, der will aufmucken, komm. Das seh ich jetzt schon. Der will aufmucken! Der will hier gleich Stress. Ich nehm den Krieg, Tops. Boah, one never changes. So, ich hab dem jetzt hier Wasser entweg gebaut. Jetzt ist er erstmal skeptisch. Jetzt denkt er sich jetzt mal nicht, jetzt ist hier Wasser. Nein, er hat's weggemacht! Och, wie hat er das denn gemacht? Epic Dime Gamer, jetzt guckt er mich einfach nur noch an. Oh nein. Es gibt nen Knockback Stick! Komm her, come at me, Epic Dime Gamer. Come at me. Oh nein, oh nein! Oh, 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 oh! Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Nicht gestorben? Aber ist nicht schlimm. Oh, 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 oh! Hey, hey. Aber ist nicht schlimm, ich hab ja nur 8 Dias, die ich jetzt verloren hab. Ey, das ist wirklich schlimm, ich hab mehr in der Truhe, glaub ich. Generell viel Gutes. Mann, mein ganzes Loot! Wollen wir raven? Ist die was? Ich bin jetzt an meiner ewigen Mission, unser Bett einzubauen. Wenn unser Bett nicht eingenommen werden kann, dann haben wir auch nicht verloren. Wir müssen rüber zu Team Grünen. Oder? Ich hab schon versucht, der Grüne ist nicht einer Hacker. Wir sind Fritznudeln, wir sind Fritznudeln töten. Fritznudeln, die kommen! Die können nicht kommen, die können hier gar nichts machen. Nein, Fritznudeln, Fritznudeln ist hier. Ja, selbst wenn er geht. Du musst dich rein pushen, ich hab nen Bogen. Ich hab nen Bogen. Schau mal. Eben, du musst ja die Konfrontation nicht suchen. Guck! Das läuft doch alles. Fritznudeln wurde uns nichts gemacht. Kannst du, du kriegst den Staff von ihm? Ja, wenn du ihn tötest. Oh, sick. Ein junger Mann. Du bist noch einer schon. Ja! Hey, was zur Hölle? Hey, der kriegt keinen Knockback, der Typ. Der lag, glaub ich. Ja, ich glaub, der Server lag. Ehrlich? Der hat einen Anti-Knockback. Der hat Anti-Knockback. Der hat Anti-Knockback. Könnte auch sein. Der hat nur noch hier und lebt noch. Was? Wo sieht man denn die HP? Ande, jetzt hab ich ihn. Oh, Bett ist abgebaut! Bett ist abgebaut! Nice, Tops! Komm her, Katniss! Komm her! Ja! Oh, Tops wurde getötet von Katniss. Okay, die gelben sind's, ha? Nice, Tops. Gut gemacht. Alter, easy boy. Das ist ein Rakt. Wurde verbessert auf Stufe 2. Wir kriegen jetzt richtig viel. Okay, pass auf. Dann komm ich jetzt rum. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Ey, du musst mich noch auf Base verteidigen. Ja, ich hab das so gut eingebaut. Was soll denn da noch passieren? Äh, der Dingsdorf muss da was machen. Ja, letzte Runde haben wir auch sehr gut eingebaut, hab ich gehört. Die letzte Runde haben wir gar nicht eingebaut. Äh, doch, meinst du? Äh, in die Kiste. Wirklich? Hä? Habst du's eingebaut letztes Mal? Ja, ich hätt das letzte Mal eingebaut. Äh, ich hab's eingebaut. Wie? Also ich hätt auch ein bisschen eingebaut. Aber ich hab's jetzt wirklich viel eingebaut. Der Grüne ist bei unseren Diamanten. Der kommt jetzt rüber zu uns. Pass auf. Der pusht Ronja, der pusht, der pusht. Was soll der denn machen? Ich hab den wirklich gut eingebaut. Ich hab ihn getroffen. Wir da einfach nur rüber, Dingsdorf. Hast du gesehen, Tups? Ja, ich hab's gesehen, wie er mir entgegen... Das war ein nicer Shot. Ja, hast du Prograf gemacht. Kleines. Ja, ich hab auch ihn gekillt schon wieder. Wollen wir Grün pushen, Tups? Ich bin gerade dabei. Boah, Grün hat ja mal eine mega... Weiß was Grün für die Strategie hat? Die haben Leitern auf ihre Endstones beim Bett drauf gebaut, damit du die zuerst abbauen kannst. Oh nein, es bin gefallen. Geh runter! Stirb! Stirb, du Nudeln! Hast du ihn? Ist egal. Ich hab ihn. Nice, Epic Gamer. Und das ist der Grüne gewesen, gell? Äh, ja, das ist der Grüne. Okay, sehr gut. Okay, ich komm jetzt mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Grünen sind kleine Schummler, ha? Ein Grün ist mit. Ich brauche Hilfe! Hilfe! So, Flo, hilf mir bitte! Ja, ich hab ihn! Du hättest mir helfen, den runter zu schubsen. Warte, wo bist du denn bitte? Ich hab ihn runter geschubst, ich hab ihn runter geschubst. Wenn du einen Kill machst, kriegst du einen Emerald. Oh, okay. Okay. Ey, ich hab fünf Kills, by the way. Ja. Ich hab einen, ich hab einen Fehl nahen Kill immerhin. Zehn Emeralds. Okay. Let's go. Okay, warte mal. Ist hier noch mehr? Ich glaub, die Grünen wollen wieder pushen. Meinst du? Ja, die Grünen sind ein bisschen aggressiv, gell? So grüne Giftswerge sind das. Ja. Grüne Giftswerge. Ach so, das war Ronny gerade in der Mitte? Ja. Ich glaub schon, ja. Ja. Ey, wer ist denn da bei... Was denn? Ist bei uns wer? Ich dachte, hier ist einer. Ne, ne, das war schon dieser Händler. Ah, okay. Äh, Emerald, was soll ich kaufen? Ja. Haben wir Gabe jetzt eigentlich besiegt? Ja, ja, Gabe ist... Einer lebt noch von Gabe. Einer lebt noch. Ja, der ist da drüben. Worin? Äh, bei sich... Wie ist Lizzy Craft? Katniss ist da! Ah! Ah! Bitte! Lizzy hat mich gekillt. Mist. Ich mein, wie oft darf man sterben am Ende? So viel du willst. Ach so. Ne, bevor man das Finale gekillt ist. Ich weiß nicht. Ey, was... So lange was? Ich will... Äh, was brauchen wir? Okay, wir müssen im Prinzip nur noch das eine Bett zerstören, richtig? Unsichtbar jetzt verkaufen? Äh... Wir müssen nur noch das Grüne wegkennen. Ich... Weiß nicht, ob das was bringt. Doch, doch, das ist doch... Was zur Hölle? Es liegt dich, pass auf, liegt dich bei den Grünen rein mit Unsichtbarkeit. Ist es bei uns? 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 Komm her! Ja, nein, ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe es eins. Ich habe es gesprengt, aber es ist egal, wir haben ihn. Okay, gut, gut, gut. Ich kaufte euch unbedingt meinen Lockbackstick, der ist richtig OP. Okay. Wie viel kostet der? Äh, ich glaube 10 Gold oder so. Äh, warte mal, wo gibt es denn? Du gehst oben auf Schwert, auf Schwert und dann dieser Stoß Rückschnitt. Okay, ja. Der ist richtig OP. Warte? Kann ich mir vorstellen. Ja stimmt, da kann man die gut runterschubsen, gell? Warte mal, Nahkampf, Knockbackstick. Da hat kaum was erwischt von unserer Base hier. Okay. Ähm. Ähm. Was soll ich mir kaufen für? Ich habe 9 Emeralds. Okay. Keine Ahnung, was kann man denn für Emeralds Gutes kaufen? Ich kann einen Bogen mit Stärke und Rückstoß nehmen. Oh, ja, das klingt gut, das klingt broken. Werkzeuge. Warte mal. Das gibt es für Brückenei. Dieses Eier stellt hinter sich in eine Brücke. Oh mein Gott, wie OP. Warte, können wir dauerhaft noch irgendwelche Rüstungen machen? Haben wir das schon? Wir haben schon, äh, also, lol. Ah, ich hab's, du aber nicht. Ah, ich muss auch nicht. Kauft ihr mal, äh, unbedingt dir. Ich hab's, muss jeder für sich kaufen. Ah, lol. Kannst du mir helfen, Katniss fertig zu machen? Das ist die letzte Gelbe. Wo ist denn die? Die kostet 6 Markte. Die ist hier drüben bei, äh, bei Gelb von den Gelben. Oh, ne, aber ich kann mich holen, Ronja. Okay, ich bräuchte 5. Ich bräuchte deine Hilfe, Flo. Hier der Typ kommt. Ja! Der Knockback Steak ist so viel. Warte, ich knockback jetzt auch noch. Wirklich, du musst einfach nur die Power-Hitern. So, wo ist'n? Warte mal. Okay. Nein! Was ist denn das für ein Dacke? Nein, was ist denn das für ein Dacke? Ja, ich brauche gleich der Dacke. Okay, ich brauche gleich der Dacke. In der Base. Wir müssen, warte mal. Ich bin in der Base. Ja. Ihr müsst nämlich alle, äh, unbedingt dir das upgraden. Okay. Ich hab'n Brückenei übrigens. Was ist das? Das ist ein Eider schießt und das hinter sich, äh, er schafft das Block in der Luft. Ach lol. Weißt du, dann kannst du richtig gut pushen. Okay. Warte mal. Okay, komm hier. Ich brauche unbedingt Dings für Dia-Rüstung. Dias, Diamanten, Heilungspool. Schriftgeleitung ist halt um deine Baustelle rum. Okay, hier. Okay. Perfekt, danke. Äh, ich nehme mal die Dias und mach' damit und mach' für uns. Ey, hier ist noch mehr Dias. Dauerhafte Diamant-Rüstung. So. Heilungspool. Was können wir noch machen? Dein Team wird während des... Upgrade, upgrade lieber, dass wir mehr Protection haben. Das gäbe ich besser. 20 Dias bauen wir. Haben wir Dias? Eines hier! Warte, wo? Der Porti rennt bei uns! Was? Frechheit. Hab' ihn. Nice, nice, nice. Ey, wir müssen mal mehr bei unserem Ding. Okay, ich geh mal Dias holen, ja. Ne, lass' mal nicht hier unser... Warte mal. Topps, lass' mal Obsidien kaufen. Für Upgrades, Upgrades. Obsidien? Oh, ne, das ist viel zu hart. Wie viel kostet das? Ich baue jetzt auch einen Leitern drauf hier. Oh nein, 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 nein. Die Grünen sind echt... Ah, die... Machen mir Sorgen. Der, der Gelbe? Warum ist der Gelb? Die Gelbe Tusse, die verkämpft sich an den eigenen Platz mit diesen Drecks. Ah, diese dumme Katniss, Alter. Wenn nicht die Krieger. Fertig. Der Topps ist doch Katniss und du seid besser. Wer hat das denn so, Topps? Ja, äh... So, was ist... Äh, schnell... Warte, was... Wie viele Dias brauchen wir? 20? Guck mal, die schmeißt aber immerhin die Grünen ab und so runter. Eigentlich ist die, glaub' ich, gar nicht schlecht, weil die hält uns die Grünen im Schach. Ja, gell? Aber wir müssen halt irgendwann mal die Grünen pushen. Also, wir haben 30 Gold. Ich komm mir grad vor mit dem Kriegssimulator. Okay, pass auf. Guck wie viel... Alter, wie viel Eisen wir haben. Guck dir mal nicht, Leute. Ich geb jetzt alles Eisen aus der Endstone und ich mach deine... Dinge zum Beispiel. Ah, Endstone kriegst du ja nicht aus Eisen. Ah, okay, Topps. Ich hab nen Stack Endstone. Da brauchst du ja Dings für. Ich mach das jetzt so riesig hier. Ja, das hab ich auch am Anfang gedacht. Warte mal. Ich... Ja, es gibt glaub' noch nen Deathmatch am Ende, ne? Hier, Verbesserung. Deathmatch. Pairabies hier rumgehen. Äh, wir sind auf Stufe 2 schon. Okay, wir brauchen 20 für Stufe 3. In der Kiste sind Dears noch. Dears sind grüner. Okay. Soll ich Sharpness auf unsere Schwerter machen? Ne, in der Kiste sind gar keine Dears. Upgrade mal Sharpness, upgrade das Sharpness mal. Kann ich nicht, ich brauch' noch zwei Dears. In der Kiste sind keine. Oh, hier, warte. Oh mein Gott, ist der Typ dumm. Aber auch wirklich. Warte, dann upgrade ich jetzt unsere Sharpness, ja? Ja. Was? Der, 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 der grüne Typ war eben so richtig... Leslie Crawf. Der ist einfach, der ist einfach die Krippe runtergeschaut. Du hast die Verbesserung bereits freigeschaut. Oh, ein DR bräuchte ich noch. Ich hab grad leider keinen Parallel. Dann hab ich unsere Rüstung, den wir können für Upgraden. Äh, ansonsten... Ey Tops, pushen wir, sagst du? Ich pusher. Wollen wir ein Heilungsfeld um unsere Basis rum? Haben wir schon, aber das... Haben wir schon. Ja, können wir upgrade. Aber letztendlich müssen wir pushen, weil das Heilungsfeld eh unnötig. Okay, ich bräuchte ein Dia, dann kann ich unsere Dings nochmal upgraden. Aber ich will nicht gehen, weil sonst werde ich getötet und dann verliere ich alles. Ich werde angegriffen! Ah! Tops! Hilf mir! Kann mir irgendjemand ein Dia bringen? Bitte! Ja, warte, ich bin grad, aber die Grünen... Ah! Okay, ich hol mir den jetzt selber. Hol ihn, hol ihn, ist egal. Ich bin grad, ich bin grad im Kampf. Ich bin grad in Russland. Nö, ich hab jetzt jemand unsichtbar. Sicher? Nö. Aber hier ist irgendwas. Vielleicht ist es auch einfach ein Fehler von irgendeinem... Ah ne, das Tops. Oh, Ronja kriegt schon. Ronja kriegt schon. Ich hab Katniss gekippt! Ja! Finale Kill! Sehr blödig! Sehr blödig gelbe! Ganz ehrlich! Da ist ein Grüner bei uns! Da ist ein Grüner bei uns! Ein Grüner bei uns! Wo, 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 wo! Pass auf, das ist ja nicht irgendwo rein! Guck mal, der baut sich hier ein! Das ist ein kleiner Clan! Ich denk dir, der kann... Junge, der hat keinen Knockback! Der ist auch nicht gefallen! Ich hab den runtergeklickt! Ja, einige haben keinen Knockback! Also entweder ist ein Hack oder das ist ein Upgrade! Vielleicht ist es ein Up... Ich denk, es macht Sinn, dass es ein Upgrade ist eigentlich! Okay, pass auf! Eigentlich... Sieht's gut aus, oder? Wir müssen nur noch die Grünen irgendwie... Ja, aber die Grünen... Die haben so eine Pyramide über ihr Bett! Eine Pyramide? Ja, aber wir können, glaub ich, pushen! Aber wir müssen maximal upgraden, was geht! Okay, ich hab relativ viel... Gibt's eine Stärke-Trank? Wann gibt's das? Und ich packe hat... Ne, gibt's nicht! Es gibt die Drachen-Verstärkung! Dann kriegen wir zwei Drachen statt nur einem im Deathmatch! Ja, ich glaub, es wird ja aufs Deathmatch hinauslaufen, oder? Ich glaub auch, das macht, glaub ich, Sinn! Da brauchen wir nämlich... Okay, dann geh ich jetzt nochmal Dias holen dafür! Ich kaufe jetzt mal ne stärkere Spitzhacke! Starkere! Ich tu das! Ich guck, dass wir Dias farmen und generell uns auf Maximum verbessern! Okay, ich hol jetzt hier die Dias... Oh mein Gott, ich hab Dias... Ich hab jetzt auf maximale... Ich hab Dias-Spitzhacke mit enchantet! Okay! Ich hab einen... Nein! Wieso kaufe ich viele Bögen immer? Ich will keine Bögen! Ich dachte, das ist nur... Das ist dich hat die Grün! Einmal die Drachensache, hab ich uns jetzt gekauft! Ähm... Was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Heidem's Pool haben wir schon... Goldschmiede... Ja, so dringend brauchen wir das jetzt nicht! Okay... Ich hab grad einen von den Grünen getötet! Oh, sehr gut, sehr gut! Hä? Das bin ich! Oh, warte, ich hab Gold! Ich hab Gold! Sorry! Nein, du bist gestorben! Die sind in der Mitte! Die sind in der Mitte! Ich geh in die Mitte! Oh, nice! Wir sollten zusammen pushen, oder? Ne, ich verteidige nur nur unsere Base! Soops, soops, soops! Ganz wichtig! Kauf du dir mal Dias-Rüstung-Upgrade! Deine Rüstung ist ultra low! Okay, der hat jetzt einfach Dias-Gold! Der kommt rüber, der kommt rüber! Geh auf die Rüstung! Hey, Flo! Der kommt rüber! Welche Rüstung denn? Nice! Guck mal, der hat auch Not-Bank! Ja, Rüstung-Upgrade! Mach doch! Wo denn? Wo denn? Ja, hier bei dem Händler! Bei dem Händler hier? Die oben auf Rüstung und dann das Beste! Das Beste, okay! Aber was brauche ich dafür? Äh, ich hab das kann das nicht lesen, warte mal! Warte, warte! Versuch! Okay, ich hab ne viel Kraft runtergeschmissen! Wie viel brauche ich denn da? Aber ich kann's leider nicht lesen, die GUI zu- Ja, mach doch gerne die GUI! Warte, komm! Was brauchst du für die Rüstung? Rüstung kostet richtig viel! Komm, wir machen das Ding! Okay, pass auf! Minecraft, ja, für 40 Minuten! XXL! Oh Gott, stimmt! Wie lange ist das jetzt eigentlich schon? 6 Smaragda! Habt ihr noch Smaragda? Äh, nö! Ich brauch ein- Ich brauch ein Smaragda! Jetzt pushen! Warte, ich kann! Wo bist du? Okay, wir pushen jetzt! Glaubst du, wir können keine Smaragda mehr holen! Wir können hier keine Rücksicht mehr nehmen! Ah, ist das jetzt euer Ernst? Ich bin hier! Oh, nice! Warte, gewinnen wir jetzt? Nice! Los, Ronja, mach die fertig! Jetzt müssen wir die noch einmal töten! Okay, wo sind sie? Hier ist er! Ne, das ist nur der Händler! 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 Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja, wir können all die Sachen! Komm, ich hab all die Average hier! Oh, was haben wir in der Kiste? So! Oh, können wir nicht öffnen! Oh! Ein grüner lebt noch, dann haben wir gewonnen! Okay, warte! Wo ist der? Der fällt doch bestimmt auch gleich! So! Wo bist du, mein Freund? Ey, wir sind wirklich unglaublich gut dabei gerade! Oh! Ronja hat Spaß an Badwurst! Badwurst ist nice! So! Warte mal! Wo ist denn der? Der müsste doch eigentlich in seiner Basis! Äh, ich glaube er ist bei unserer Base! Okay! Jetzt wird's kritisch, Leute! Bad zerstört! Du wirst nur nicht mehr... Warum ist der in unserer... Okay! Tops! Warst du nicht in unserer Base? Ich hab gesucht, dass ich... Tops! Tops! Du solltest in unserer Base bleiben! Okay! Aber Leute, ist egal! Okay! Äh, 3 gegen 1! Wo ist der? Passt auf! Ist egal! Okay! Nicht schlimm! Endkampf! Haben wir notfalls 2 von diesen... Oh! Sieg! Ist unser Gefallen! Wir haben gewonnen! Easy! Nice! Dann war's das mit dieser Folge Badwurst oder diesen 2 Folgen! Falls ich's cutte! Wer weiß, wie lang das ist! Ähm, ja! Ich würd sagen, es lief gut! Ey, wir sind Profis! Wir sind Profis! Ja, wir sind Profis! Es ist ein nice Spiel! Falls es euch gefallen hat und ihr vielleicht nochmal Badwurst wollt, dann schreibt es in die Kommentare! Oder, äh, ja! Lass einen Daumen hoch da! Und macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!